Das ist mir schon eine Herzensangelegenheit, weil ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, ich bin an einem Ort geboren worden, wo Skisprung-Schanzen gegeben hat. Und ich glaube, dass es sehr viele Talente in Österreich gibt, die nie die Möglichkeit kriegen oder die Chance haben, einmal das zu probieren. In Sankt Pölten. Genau, ja. Da hat man aber grundsätzlich wenig Chancen. Wien, bin ich überzeugt, hat, Wien hat extrem viel, hat einen super Skiklub, hat extrem viel Talente, aber sie haben leider keine Skisprung-Schanze. Das ist eine Schanze, deswegen ist es schwierig.